So, gehen wir weiter zu Disney-Locana. Dankeschön... Dankeschön Ravensburger, dass ihr mir das neueste Set Disney-Locana geschickt habt, beziehungsweise ein Display zu Ursulas Rückkehr. Bin ich sehr gespannt. Ich weiß nichts von den Karten und bin gespannt, wie viele Karten da sind, was für Karten da sind. Wir werden es sehen. Und zwar jetzt. Oh, guck mal, Aquafina ist auch dabei. Aquafina synchronisiert mittlerweile sehr, sehr viele Sachen, ist mir aufgefallen. Und ich frage mich, gibt es da wieder neue Spieltechniken und so weiter? Weil beim letzten Mal war es ja so, dass... Dass, wie heißt das nochmal? Orte neu dazugekommen sind. Ja, weg damit. Wir haben Eisklotz. Wow. Also, ich finde schon... Stell dir vor, die gibt es als Legendary-Karte. Der Eisklotz. Agistin Madrigal. Ah, guck mal hier. Das sind zum Beispiel diese Orte, die in letztes Season neu dazugekommen sind, die ich ziemlich cool fand. Wo sind da ein bisschen... Sehr viele... Gibt es jetzt sogar die Möglichkeit in einer Koop-Kampagne gegen Ursula in verschiedenen Schwierigkeiten. Okay, das ist cool. Gemeinsame Raids. Das gibt es ja auch inoffiziell. Kein Aufhören. Ja. Packung einschweißen. Weiterverkaufen. Sisu. Ja, ich drehte es klein. Oh ja, der Song. Auch schön. Der Prinz Philipp. Ursula. Ah ja, genau. Ursula als Menschenform. Smash-Warpass Ursula als Menschenform. Ja, Smash. Dang Hu. Und? Ach so. Oh, ich dachte schon. Hä? Ich kriege eine Ursula-Karte. Damu, Smash-O-Pass. Smash. Stellar Blade weiter. Auf Platin. Alter. Alter, Alter. Julian. Also ich werde Stellar Blade... Oh, hier nochmal die Karte hier zukommen. Stellar Blade... Ich glaube, das wird so Exodia-mäßig. Stellar Blade werde ich nächste Woche Montag durchballern. Also ich weiß nicht, ob wir Digimon schaffen oder nicht. Aber, äh, ich werde... Ich werde ballern. Ich werde Stellar Blade nächste Woche Montag den ganzen Tag dann ballern. Ich werde, glaube ich, dann so recht früh aufstehen. Und dann wahrscheinlich so um 11, 12. Hey, früh aufstehen. Für mich. Und dann um 11, 12. Dann Stellar Blade den ganzen Tag ballern, bis ich es dann durch habe. Ich möchte es einfach durchgespielt haben. Und ob wir Digimon dann schaffen, das kann ich nicht sagen. Farley. Ich wusste nicht, wie Mulans Mutter heißt. Ich weiß halt fast danach, aber ich wusste nicht, dass sie Li heißt mit Vornamen. Daisy. Daisy. So. Ah. Ein bisschen heller. Ah, schon viel, viel besser, oder? Coole Daisy Cardi. Li Shang. Okay. Der Typ, der die ganze Zeit dachte, er wäre in einen Dude verkleilt. Zauberbesen, ey. Jedem Set. Zauberbesen. Kannst Zauberbesen-Only-Deck bauen. Die Beast. Beast ist mir fast auch immer dabei. Camillo. Shifu. 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 Khan. Ja. Das wusste ich. Schätze und Zeug. Schätze und Zeug. Und Namari. Namari hatte im vorletzten Set, glaube ich, gehabt. Ne, im letzten Set hatte sie eine sehr starke Karte gehabt. Da war es auch so eine Stahlkarte. Und Benjamin Blümchen. Der mutige Vermittler. Sind heute genug Leute bei Mario Kart? Nice. Ursula jetzt als Exodia. Wir werden sehen, ob Ursula eine Exodia ist. Äh. 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 Okay, die Karte. So. So, das sieht ja schon mal gut aus. So, und wir haben Pascal. Pascal, diese Chameleon aus Tangled. Ursula. Alter, ey. Hör auf, mir die ganze Zeit, sexy Ursula zu geben, ey. Das ist... Ah. Vitale Sphäre. Wo kam das denn nochmal her? Was ist hier? Raya. Die Rosenlaterne. Die Moraine ist cool, ne? Die Moraine ist wirklich cool. Bob Moraine. Die versteckte Krotte. Gerade nochmal ein E-Mail reinbekommen. The Beast. Daisy Duck. Aber als Prinzessin Aurora verkleidet, oder? Ich frag mich, ob da noch irgendwie andere Disney-Franchises drin sind, unabhängig von den Filmen. Also, ob wir da jetzt nochmal eine Krachbummente bekommen. Oder vielleicht noch Darkwing Duck oder so. Das wär doch mal interessant. Mulan. Madame Pottini. Dung Hu. Smash. Und den Zauberbesen. Ne Ente mit Hannes Bid. Aber stell dir vor, die Ente hat Brüste. Man erinnert sich an Howard Veduck. Den Film aus den 80ern. Das ist trotzdem noch eine Ente. Das Bild ist ein bisschen größer diesmal. Guck mal jetzt mal an. Interessant. Interessant. Olaf. Mirabel. Mirabel. Schlägerei. Arme Seelen in Not. Pegasus. Mickey Mouth. Classic Mickey Mouse aber auch, ne? Bannerträger Mickey Mouse. Wenn du diesen Charakter ausspielst, erhältst ein Charakter deiner Wahl in diesem Zug herausfordern plus zwei. Während der Charakter herausfordert, erhält er plus zwei Angriff. What? Wenn du diesen Charakter ausspielst, erhält ein Charakter deiner Wahl in diesem Zug herausfordern plus zwei. Das heißt, irgendeine random Karte wird nochmal plus zwei sein. Während der Charakter herausfordert, erhält er plus zwei. Das ist eine nicht schlechte Karte. Aber nur einmal einsetzbar. Danach ist er dann halt, ja, drei Verteidigungen. Ein Angriff und macht nur einen Punkt. Ja, ist okay. Schon wieder Olaf. Das sieht ein bisschen cursed aus. Gestaltüberwürfe eine Gegenstandskarte ab. Ach ja, die drei Brüder. Aus Mulan. Lishan. Okay. Okay. Wer ist denn so ein Dark Souls-Boss? Meinetwegen. Ah, das ist auch hier der Signature-Shot aus dem Film. Oh, vier und dann drei, drei. Okay. Strong, Singen, sieben. Das ist eine starke Karte. Noch ein Besen. Ein Stahl. Stahlzauberbesen. Der Flammenschwertkrieger. Stimmt. Der Flammenschwertkämpfer war das, oder? Und? Mulan. Dieser Karakor kommt mit zwei Schaden auf ihm ins Spiel. Kostet auch nur eins, macht zwei Schaden und dann hat nur eins Verteidigung. Ja, ich glaube, da muss irgendein System hinterstecken. Was es dann ein bisschen interessanter macht. Aber, äh, das ist, ja, muss irgendeine Mechanik sein. Damit heilen oder dass Karten, die dann schon Schadenspunkte drauf haben, dann mehr Schaden machen. Aber ansonsten, schwierig. So, was haben wir hier? Ich weiß, was geschieht. Von Unruh. Hm? Tong. Tick-Tack. Ist das wirklich Tick-Tack? Sechs kostet der. Sieben Verteidigung, vier Angriffe. Und ist wendig. Eigentlich ziemlich geil. Gunther. Gunther, der Innenarchitekt. Gunther ist für mich immer der Pinguin aus, äh, Adventure Time. Carter Carlo. Vier, eins Angriff, nur fünf. Aber die zwei kann er machen. Ist nicht schlecht. Prinz Eric. Prinz Eric sieht halt so ein bisschen... Prinz Eric ist für mich so ein bisschen... Hm. Aladdin sieht so danach aus. Die beiden sehen so aus, als hätten die einfach zwei verschiedene Väter. Mal tiefer graben. Gemeinsam singen. Acht. Uh. 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 Schau dir die obersten sieben Karten deines Decks an. Nimm zwei davon in deine Hand. Lege den Rest der Karten in die beliebe Reihenfolge unter dein Deck. Ah. Zwei von sieben Karten nehmen und dafür acht dann zahlen. Ich weiß nicht. What? Warum ist Cricky so stark? Fünf kostet er. Drei, vier. Macht drei. Wenn dieser Charakter ausspielst, erhalten deine Charaktere in diesem Zug plus drei. What? Warum ist die Grille so stark? Triton. Alter, der ist ja auch mega stark. Kostet... Okay, kostet neun. Neun Verteidigungen, sieben Angriff. Okay, ist Gestaltwandel. Da ist auch eine Goldkarte. Drei davon. Gegnerische Spielcharaktere erhalten. Minus eins für jeden Ort, den du im Spiel hast. What? Und gegnerische Charaktere erhalten minus eins für jeden Ort, den du im Spiel hast. Das heißt, hast du drei Orte im Spiel und du spielst Triton aus. Das heißt, die kriegen dann alle drei Schaden. Die Glücksgrille. Grille und Gewalt. Das gefällt mir. Und Hans. Wir brauchen einen Flammenwerfer für Hans. Und mindestens eine Prinzessin oder eine Königin spielst du damit zu einer Legende. Auch nice. Auch sehr, sehr gut. Aber Triton hier? Triton ist nice. Der wird gleich gesleeved. Ich hab noch ein paar Sleeves. Äh, äh, äh. Ich hab doch ne Box voller Sleeves. Hans leiht sich den Flammenschwert von Chang aus. Wann aktiviert sich Triton? Sobald er ausgespielt wird. Triton aktiviert sich, sobald er ausgespielt wird. Also wenn der Gestaltwandel kommt. Also entweder wenn du neun spielst. Oder du diese Karte mit sechs Tinte auf einen anderen Triton packst. Das ist ziemlich strong. Aber muss man erst schaffen. Also, äh, der Effekt ist stark. Aber diesen Effekt erstmal aktivieren zu können, das dauert. Die richtige Karte von Marco Tsunami. Und dann konter ich mit Prinzessin Yui. Dem Mond. Schon wieder Pascal. Mirabel, Vitalitätssphäre. Mit Schwung in die Aktion. Ausweichen. Beast, Prinz Eric. Oh, Abschaum. Beast. Drei, sechs Verteidigung. Auch stark. Ah, kommt mit vier Schaden auf den Schaden. Da ist irgendein System hinter. Mulan-Pring kommt mit Schaden auf die Map. Das Beast kommt mit Schaden auf die Map. Ins Spielfeld. Wir reden nicht über Bruno, oder? Jens-Sid. Oh, Jens-Sid. Okay, der muss stark sein. Wenn du diesen Charakter ausspielst. Und deinen Zauberbesen-Charakter im Spiel hast. Darfst du eine Karte. Das ist, du kannst ein komplettes Zauberbesen-Deck bauen, ey. Solange du mindestens zwei Zauberbesen-Charakter im Spiel hast. Erhält dieser Charakter plus zwei Legenden-Punkte. Wie stark ist bitte diese Karte? Und? Xian Po. Äh, beschützen. Ja, gut. Fünf, sieben Verteidigung. Hat beschützen. Okay, Jens-Sid. Jens-Sid ist ja immer mega stark. Wenn du diesen Charakter ausspielst und einen Zauberbesen-Charakter im Spiel hast, darfst du eine Karte ziehen. Das ist schon mal ziemlich nice. Und dann, solange du mindestens zwei Zauberbesen-Charakter im Spiel hast, erhältst du plus zwei Legenden-Punkte beim Sammeln. Also im Late-Game sehr, sehr stark. Gefällt mir. Oh, warte, ich habe ganz vergessen. Wir haben hier noch was. Äh. Äh. Wie groß wird denn das Bild hier? Das ist das große Art-Attack-Bild. Wir werden sehen, wie es danach am Ende aussieht. Aber Ursula anscheinend in die Mitte. Wahrscheinlich ist es so eine Neuner-Reihe, die ich hier aufbaue. Und das ist wahrscheinlich der Raid-Kampf, von dem, äh, vom Blade erzählt hast. Gibt es auch eine Rückseite mit viel Bastel-Kleber. Äh. Äh. So, wir haben... Oder, oder? Ursula, ey. Böse Ursula. Versteckte Grotte. Fortisphäre. Schwefel. Oh, Classic Mickey Mouse. Anderer Classic Mickey Mouse. Gefällt mir. Ich hole mir heute noch meine Schatzkiste. Und Ende des Monats Ursulas Raid. Es gibt einen Ursula Raid, den man sich holen kann. Oh, guck mal. Junger sexy Triton mit seinen Nippeln. Tritons Nippel sollte man reiben, habe ich gehört. Bringt Glück. Mal gucken, was er denn kann. In deinem Zuge hält dieser Charakter wendig. Jedes Mal, wenn einer deiner Orte verbannt wird, darfst du in jenen verdeckt und erschöpft in deinen Tintenvorrat legen. Okay. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, ne? Wenn der... Wenn Ort verbannt wird und er da ist, dann wird es einfach zur Tinte. Kanone. Babum. Flippen. Zwei Zeilen. Wirf eine Karte ab. Füge einem Charakter in deinem Ort oder Wahl zwei Schaden zu. Ja, ja, ja. Ich sehe den Wert dieser Karte hinter. Ich finde es gar nicht so schlecht. Kostet drei. Kostet ein bisschen mehr als die normalen Kanonen. Aber die Karte bleibt. Das ist ein Gegenstand. Das heißt, es ist nicht eine Aktion. Und ich zahle dann jedes Mal eine Karte. Und zahle nochmal zwei. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das Problem mit Stahlkarten ist aber, man hat so wenig Karten im Spiel. Also, oh, da ist die coole Anna-Karte, von der ich erzählt habe, als Garen. Man hat leider sehr wenig Karten, wenn man Stahl spielt. Es sei denn, man mischt Stahl mit Blau. Dann könnte es vielleicht klappen. Die Anna-Karte ist schön. Die Anna-Karte ist cool. Können wir das mal an hier? So, so ist besser. So seht ihr die besser. Jedes Mal, wenn dieser Charakter erkundet, hältst du in deinem anderen Heldin und Helden plus eins. So, haben wir hier noch was? Ah, schon wieder hier. Und? Hans! Hans! Jetzt der Flammenwerfer Hans! Die Planke, noch ein Zauberbesen, Schicksalsgöttinnen, The Beast, Ursulatne-Schwester. Oh, Ursulatne-Schwester Pech, Späflagen wir von auch schon. Okay, das ist eine coole Aladin-Karte. Das ist eine verdammt coole Aladin-Karte. Habe am Ende des April bei den lokalen Championships mitgemacht und einen stolzen 14. Platz belegt. Von 16. Ah, come on! Hauptsache nicht 16. Gestaltwandel, wirf eine Ortskarte ab. Hier ist meine 100. Das ist ein Gegenstand deiner Wahlverband. Okay, ist echt nicht schlecht, die Karte. Und die sieht verdammt cool aus. 16 war ein Kumpel. Unterwelt. Mickey Mouse. Drei verschiedene Mickey Mäuse haben wir hier. Hier haben wir den aus Phantasia. Ein Zauberlehrling. Robust und Gestaltwandel. Drei. Man muss einen anderen Mickey Mouse legen. Okay, klar. Aber robust plus eins noch. Wenn du diesen Charakter ausspielst, zähle deine Besen im Spiel, füge deinem Charakter deiner Wahl denselben Anzahl von Schaden zu. Okay. Strong. Und Luisa. Das ist stark. Es gibt mittlerweile so viele Besen. Ja. Jedes Set hat Besen. Also klar, Mickey Mouse wird immer dabei sein. Das ist mir schon klar. Aber ich glaube, die Leute von Locana dachten sich so, ey, wisst ihr was? Wir packen einfach in jedem Set Besen rein. Wir machen Besendecks und so. Wintercamp. Erste Hefe. Raya. Kann ich nur... Ah, kann ich mehr erkunden. Okay, aber kann angreifen. Kann er rausfordern. Gunther. Aladdin. Kostet eins. Oh, ist nicht schlecht. Drei Verteidigung. Nur einen Angriff. Aber diesen Aladdin finde ich viel cooler. Von der Karte her. Spielstärke her. Siehst du. Einfach nur 6. 6, 6, 6, 6. 2, 2. Hatten wir schon gehabt. Zum Quietsche-Entchen. Hehehe. Ja, Tangled, ne? Hera. Die Frau, die arme Frau von Zeus, die immer mal zusehen muss, wie ihr Mann fremd geht. Ist doch so, ne? Dein Zeus-Charakter erhält behutet. Ey, da. Äh, Charakter erhält... Deine Herkules-Charaktere erhalten wendig. Okay. Auch nicht schlecht. Und? Oh. Pepa hat schlechte Sachen. Pepa hat schlechte Laune. Pepa. Pepa und Pepa. Ich wusste gar nicht, dass es eine männliche... Eine weibliche Version von Pepa gibt. Das ist Pepa. Zeus da einfach alles bangt, was nicht bei 3 nicht auf Bäumen ist. Und wahrscheinlich bei Sackenbau auch einfach bangt. Weil einfach wie Zeus. Ja, ja. Zeus bangt einfach alles. Wenn ich kann, gehen auch gut nerven. Ja, wenn nicht, ist es nicht schlimm. Tuck, tuck. Die Schallplattenspiele. Ha, ha. Aus Lilo & Stitch. Ich bin sehr gespannt auf die Live-Action-Umsetzung von Lilo & Stitch. Dolores. Dolores. Die Pinocchio-Story wurde von Disney auch entschärft. Eigentlich Pinocchio für düsterer. Ich glaube, bei Disney wurde so einiges entschärft. Ist halt so wie zum Beispiel Thor. Auch, äh... Ariel. Ariel heiratet am Ende den Prinzen nicht, sondern ist so traurig und löst sich in Meerschaum auf. Also... Tod dem Biest. Oh, die benutzen das Wort Tod. Gewichte der Medaillen. Sei ein Mann. Oh, we don't talk about Disney's Pocahontas. Stimmt. Die war minderjährig, ne? Und ist, glaube ich, in der... Sobald sie in England ankam, gestorben. Raya. Das ist eine coole... So eine... Reskinned Raya. Ja, stimmt. Dornröschen bekommt ungewollt ein Kind. Ungewollt. Also, gerade ganz vorsichtig ausgedrückt. Ungewollt. Kriegerprinzessin. Finde ich toll. Aber Raya? Ist Raya eine Prinzessin? Raya ist genauso wenig Prinzessin wie Mulan. Obwohl... Sie ist eine Herrschertochter, ne? Obwohl, ihr Vater war ja nicht König oder so. So. Ah! Ah! Da zappt er. Ah, guck mal. Hier ist nochmal ein Abschaum. Seeschaum abschaum. Dann sehen wir es nochmal. Ich weiß, was geschieht. So. Können wir hier mal... Guck mal, ob ich den Chat hier mittlerweile hinbekomme. Mein super Chat. Ah! Da ist er wieder. Da ist mein super Chat wieder. Dann hat den... Hat den Nikola doch behoben. Pegasus. Argus. Fabius. Mac. Oh! Noch ein Musketier. Okay. Der letzte Donald-Musketier war, glaube ich, Stahl. Kannst Musketier, Dexbon. Fabius. Oh, Fabius hat so einen Schlafzimmerblick. Guck euch das mal an. Oh yeah. We smash. Oder? Er sieht eher so aus... Isst du die Torte noch? Oder so ein Typ... Fabius sieht eigentlich wie ein Stoner-Bro aus. Der nimmt... Der sieht die Pizza. Muss feststellen... Oh fuck, da ist kein Besteck. Die Pizza ist nicht geschnitten. Und macht daraus ein Burrito. Oder? Fabius ist einfach mal high. Diese Familie. Und... Nein, das ist nicht Goofy. Das ist nicht Goofy. Das ist Super Goof. Ihr könnt Goofy und Super Goof nicht in eine Schublade stecken. Aber das ist eine coole Karte. Super Goof. Rasant. Jedes Mal, wenn dieser Charakter einen anderen Herausforder sammelt, so zwei Legenden. Und... Cinderella, Cinderella... Oh, so genau. Holo. Oh. Oh mein Gott. Oha. Die ist was wert. Die ist, glaube ich, was wert. Die ist was wert. Singe 9. Gott. Die kostet 5 und macht nur... Macht singen 9. Wenn ich es mal, wenn dieser Charakter ein Lied singt, äh, dein Prinzessin in diesem Zug plus 1 Legenden. Alter. Krass. Okay, das ist eine starke Karte. Holo und Legendary. Das ist mega nice. Kriegt man leider nicht so oft. Aber wenn es passiert... Dem Boy. Schlafzimmer, Goofy. Ja. Goofy hat auch mal dieses... Mal ausprobiert. Ansonsten gäbe es ja Max nicht. Und ihr könnt mir nicht sagen, dass Max ein Adoptivsohn ist oder so. Max ist ein leiblicher Sohn. Oder... Goofy wurde ge Boris Beckert. Oder... Goofy wurde gesongokut. Denn Son Goku weiß anscheinend auch nicht, wo die Kinder herkommen. Die Kosten dieser Karte an diesem Ort gelten als plus 2 für das Singen von Liedern. Okay. Strong. Ja, ich warte auch auf Darkwing. Okay, wie viele Orte habe ich denn hier? Verborgener Tintenformer. Okay, das hier ist eine Karte, die dann wahrscheinlich nur für die Story von Locana vorhanden ist. Aber nichts von Disney ist. Hoculis! 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 Oh, kann man nicht vertinten. Skaddle. Die Wunderkerze. Kadakalo. Äh, könnte das... Hier ist schon mal eine Rare, und... Peace. Ey, immer super Songs mit Hercules. Ja, absolut. Und ich kann wirklich darüber hinweg schauen oder hören, dass Till Schweiger Hercules spricht in dem Fall. Das klappt bei mir in dem Fall. Mit Hercules! Tschüss! Crackpack mit Tick, Trick und Truck. Das wäre natürlich auch interessant, wenn wir Crackpack mal reinhauen. Aber... Das war so die edgy Side von... Oh, Disney. Wir müssen irgendwie cool sein, wie die Kids heutzutage. Mmh... Ursula. The Beast. 90s halt. Ja. Anfang 2000er, wo alle so ein bisschen so Shadow War Hedgehog sind. Und... The Warrior Within by Prince of Persia. Die Mauer. Solange du mindestens einen erschöpften Charakter an diesem Ort hast, können deine anderen Orte nicht herausgefordert werden. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Das ist wirklich die chinesische Mauer. Ich fühle mich gerade Happy 2013 Lego-Set am Bauen. Kreise auch so ein schöner Freitag. Oh, welches Set baust du denn aus dem Jahr 2013? Und? Ah, der Eisklotz! Ich habe den Holo-Eisklotz! Der Holo-Eisklotz. Meinungsstum, Mikis Clubhouse? War Mikis Clubhouse das neuere, was dann später erschien, wo dann alle Disney-Klotz waren? Disney-Figuren, nicht nur die Entenhausen-Charaktere, in einem Clubhouse waren. Ich habe das nicht so oft gesehen. Ich habe es ab und zu mal geschaut. Weil zu der Zeit, da war ich... Wie weit war ich da? 16, 17? Ich fand das ganz nett. Aber ich fand Disney... Also diese Mini-Disney-Filme viel, viel besser als die Disney-Serie, wo dann drei hintereinander liefen. So, dann kommt mal ein Disney... Hier haben wir eine Donald-Folge. Hier haben wir eine Mickey-Maus-Folge. Ein Classic-Disney-Cartoon und so weiter. Das fand ich ziemlich cool. Weil ich da auch sehr viel von diesen klassischen Disney-Sachen gesehen habe. Da mochte ich es halt immer, wenn drei Donald-Folgen kamen. Weil Donald einfach der Beste war. Aber das andere, wo die dann halt auch so Fourth Wall Break... Äh, Fourth Wall... Also, wo sie die vierte Wand gebrochen haben. Solche Jokes gerissen haben und so das. Ja, das ist halt so ein Clubhouse. Da hängen einfach alle ab und so weiter. Ähm, ich fand das nett, aber... Ich hab's nicht so oft verfolgt. Antonio, der mit Tieren sprechen kann. Ursulas List. Mulan... Mein! Das ist nicht Mulan! Das ist Ping! Wie kannst du behaupten, dass das hier Mulan ist? Das ist doch eindeutig Ping! Fa-Ping! Oh, scheiße. Er ist wirklich Fa-Ping. Oh mein Gott! Ist das ein Disney-Joke gewesen? Ein erwachsener Disney-Joke? Der Nachname ist Fa. Im Chinesischen wird der Nachname nach vorne gepackt. Und dann kommt der Vorname. Der Familienname kommt zuerst. Dann kommt der normale Name. Er heißt Fa-Ping. Fa-Ping. Oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, das ist ein Disney... Ich bin exakt 35 Jahre alt gewesen. Als ich diesen Joke verstanden habe. Ist das über... Ist das ein beabsichtiger... Joke gewesen oder nicht? Das ist Fa-Ping. Oh Gott. Bei Disney nochmal. Aber... Maybe. Wäre möglich, dass es da absicht war. Ey, ganz im Ernst. Mir ist das all die Jahre nicht aufgefallen. Und dann ist es doch klar, dass es dann... irgendwie bei der Qualitätskontrolle oder bei der Kontrolle von Disney, von den älteren Leuten dann einfach durchgegangen ist. Haben wir uns die PSA-Karten schon angeschaut? Ja. Hercules. Haben wir. Rate mal. Das waren ja Bisa-Flor, Glurak und Turtok aus der Celebration. Sein Gesicht sieht irgendwie komisch aus. Ich bin da ganz ernst. Ehrlich. Ich finde ihn... Sein Gesicht ist irgendwie so ein bisschen off. Findet ihr nicht auch? Ganz merkwürdig. Ob uns wir die... Holadien. Kern. Isabel. Oh, das ist eine schöne... Ach, wenn der hier... Wenn die hier holographisch wäre, ne? Wäre schön sein. Ein Holo-Effekt wäre schön. Und... Lumiere. Und... Argus. Kindheit zerstört mit exakt 35. Danke, Aoki. Ah, ist wirklich fapping. Olaf. Mulan. Trankbraun. Argus. Wie oft ich den hier heute schon gesehen habe. Die Lawine. Kommen noch die Feuerwerkskörper? Oder gab's schon noch? Rapunzel. Oh, ist eine schöne Rapunzel-Karte hier. Einfühlsame Partner. Solange du mindestens einen Pascal-Charakter im Spiel hast, er hat dieser Charakter behütet. Okay. Gab es schon. Okay, die Feuerwerkskörper gab es schon. Nur kein Wort über Bruno. Und wir haben einen Zauberbesen. Holografischer Zauberbesen. Jipp, jipp. Jipp. Oh, da haben wir die Mutter wieder. Die, die Mom. Wintercamp. Oh, Stitch. Endlich eine Stitch-Karte. Das ist eine Nun. Das ist eine Kammern-Karte. Und ich sehe die gerade zum ersten Mal. Raya. Äh, Carly. Ay, Carly. Pegasus. Felix. Große Steindrache. Oh, Hercules. Das ist eine coole Hercules-Karte. Drei Zehner, ne? Ey, krass, ne? Krass, 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 krass. Blade. Äh, Hercules. Hercules. Guck mal. Hercules. That's you. Hercules. 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 Hey, Koya hat mich ja für eine Sache angefragt, ne? Die ja irgendwann mal im Juli mit mir produzieren möchte. Also, da freue ich mich drauf. Bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Vielleicht weißt du ja davon. Oder einen Jellyfish-Lip. Weißt du ja, was er geplant hat, aber... Ich sage noch nicht, was es ist, aber, äh... Da ist irgendwas in Planung. Mit, äh, dem guten Koya. Mit der guten Kolle. Aurora. Prinz Eric. Fa. Er ist ein Fascho. Nein, das ist Joe. Fa. Joe. Wird... Ist es nicht Fascho. Ist Fa. Joe. Ausgesprochen. Aber Fa. Ping ist Fa. Ping. Es ist und bleibt Fa. Ping. Absolut nichts geht. Äh, sehr, sehr, sehr gut. Magisches Dienstmädchen. Ey. Das ist das, wovon wir vorhin gesprochen haben, ne? Äh, die Regel 34. Reapix. Oh, vielen lieben Dank. Dankeschön. Das ist ein Zauberbesen. Aber als Frau. Warum? Warum? Hört auf, Gegenstände sexy zu machen. Nessus. Nessus. Don... Donald Duck als Pirat? Okay. Coole. Legendary. Nessus mal, wenn dieser Charakter in deinem Zug eine Herausforderung einem Charakter verbannt. Deine anderen Charaktere in diesem Zug plus eins. What? Er haut Leute K.O. Und alle anderen kriegen dann plus eins. Disney guck. Okay. Fischer und Prinz Eric. Disney ist versaut. Ich blick da nicht durch. Ich blick da nicht durch. Warum sollte man denn... Gibt... Ist es offiziell, dass Besen sexy sein können? Wo kommt das auf einmal her? Oh, gleich geht Mario Kart los. Oh, shit. Oh. So ein bisschen Turbo machen hier. So. Anna. Pluto. Nett mit der Mulan, das im ersten Set ist. Und die hat eigentlich den gleichen Effekt. Ach, stimmt. Ja. Ja, es gab ja nur eine Mulan-Karte im letzten Set. Jack. Theben. Pegasus. Das ist die verzauberte Might aus Cinderella, der Besen. Oh, okay. Na denn. Li Zhang. Also Li Zhang. Der hat seinen Drip on Point, ey. Die Li Zhang-Karten hier im neuen Set sind einfach... Die Eisfläche. Mar... Mirapo? Und... Thor. 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 Ich finde vor allem im Deutschen ist der Name Thor mittlerweile nicht mehr so cool. Dank Philipp Amthor. Dankeschön. Komplett kaputt gemacht den Namen. Hätte ich mein Kind Thor nennen können? Nee, eigentlich nicht. Gar nicht. Thor hat ja auch was Negatives an sich, ne? Sehr umgangssprachlich für, äh... Nicht umgangssprachlich, sondern ein anderes Wort für... Ein altes Wort für... Dumm? Bleib nur noch Odin. Ey, ich will mein Kind Aris nennen. Tollpatschiges Kind. Grasant. Okay, cool. 3-3-3. Aris. Ziemlich gut, oder? Toll gespielt. Depul... Depulis. Depulis. Das habe ich ganz vergessen. Depulis. Auf jeden Fall niemand dein Kind Zeus nennen. Ja, wenn ich mein Kind Zeus nenne, dann gucken alle Eltern dann ganz schön doof aus der Wäsche, wenn sie das Kind dann sehen und alle anderen Kinder denken sich da auch so, oh shit, weg. Bloß weg von ihm. Egal ob Mann oder Frau. Elsa. Dann bekommen sie ganz viele Enkel. Was natürlich auch ganz cool ist. Bell? Oh, das ist eine schöne Bell-Karte. Gestaltwandel. Wenn du diesen Charakter ausspielst, verschieb... Verschieb bist du drei Schanzmarken von deinem Charakter deiner Wahl zu einem gegnerischen Charakter deiner Wahl. Oh, was für ein Arschloch-Move. Was für ein Diggos-Biggos-Diggos-Move. Kriegen wir hier noch eine Enchanted? Kriegen wir hier noch eine Enchanted? Tuck, Tuck. Schallplattenspieler. Benja. Luisa. Jack. Fortisphäre. Fortisphäre. Schreiben wir noch einen Vertrag. Brunos Rückkehr. Marshmallow. Mirabel. Ariel. Ariel sieht ja... Ich weiß nicht, warum, aber Ariel wirkt irgendwie so derpy. Schon das zweite Gesicht, das so ein bisschen derpy wirkt. Und das ist... Sie hat gerade diesen Tintenstab in der Hand, ne? Behütet. Ich weiß nicht, warum, aber die sind ein bisschen derpy aus wie Aladin vorhin. Und uh... Das ist eine coole Aurora-Karte. Die sleeve ich mal. So, was kann die denn? Gestaltwandel 2. Bewahre gegnerische Karten, können deine Gegenstände nicht auswählen. Könentliches Sortiment. Flippe diese Karte. Ein deiner Gegenstände... Flippe ein deiner Gegenstände, schaue die oberste Karte deines Decks an und lege sie anschließend wieder auf dein Deck und oder darunter. Huh. Okay. Auch nicht schlecht, aber schöne Karte. Drei Bauster haben wir noch. Ich wollte heute ja eigentlich was ganz anderes machen. Dann kam dann plötzlich das Display hier an. Und dann hieß es gleich, darfst du öffnen? Ich dachte, okay. Warum nicht? Warum nicht? Oh yeah. Da habt ihr nochmal die Mommi. Verwandelter Küchenchef. Stitch. Mulan. Das ist eine coole Mulan-Karte. Dolores. Tante Dolores. Oh. Tritons Erdler. Erlass alle gegnerischen Mitspielern. Dürfen je einen ihrer Charaktere... Wählen einen ihrer Charaktere und fügen diesen zwei Schaden zu. Okay. Also wenn auf jedem Feld nur ein Charakter vorhanden ist, das ist schon krass. Hey, hey. Iduna. Iduna Unana. Iduna Unana. Oh, Phil. Finally, Phil. Eiskaiser 19 Monate am Stissel. Dankeschön. Ehre. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Und? Arielle. Arielle. Ach man. Ich habe mein ganzes Glück, glaube ich, so in der ersten Season verballert. Zwei Enchanted-Karten aus zwei Displays zu ziehen, das ist eine Frechheit. Ich kann das nachvollziehen, dass ihr das nicht cool findet. Karma-Götter. Und jetzt werde ich dafür bestraft, dass ich gar keine Enchanted-Karten mehr ziehe. Gründlich prüfen. Von Unruh. Lishang, aber Standard-Lishang. Noch ein Zauberwesen. Standard-Zauberwesen. Kein Zyx-Zauberwesen. Da, der verborgene Tintenformer. Da hat es ja was auf sich. Miggy Miles. Elbschirm. Seeräuberleben. Alma. Was los, Digga, Alma. Diablo. Oh. Legendary-Karte. Gestalt mal, wirf eine Aktionskarte ab. Du kannst eine Aktionskarte abwerfen, um diesen Charakter auf einen deiner Diablo-Karten auszuspielen. Wendig. Nur Charaktere mit Wendig können diesen Charakter angreifen. Okay. Flieg weit hinaus. Jedes Mal, wenn eine gegnerische Person in ihrem Zug eine Karte zieht und dieser Charakter erschöpft ist, darfst du eine Karte ziehen. Was? Jedes Mal, wenn eine gegnerische Person in ihrem Zug eine Karte zieht und dieser Charakter erschöpft ist, darfst du eine Karte ziehen. Hä? Jedes Mal, wenn er in ihrem Zug eine Karte zieht. Ah, und diese Karte erschöpft ist, darf ich eine Karte ziehen? Ah, diese Karte, ja, diese Karte erschöpft ist, okay. Ich sag schon, die Karte, die er gezogen hat, das macht ja gar keinen Sinn, aber... Sorry. Schwer vom Begriff, stand auf dem Schlauch. I was standing on the Hose. You know? The Hose? Where are my Hose at? Alles kann sexy sein. Das ist die schlimmste Aussage, die du gerade... Ja, nein, nicht die Hose, sondern ein Schlauch. Herkules. Oh, Behave. Okay, Aspect Magic. Wir haben Hans. Ohne Flammenwerfer. Alter, der hat sogar ein Bild von Anna hier. Die kannten sich doch nur drei Stunden, oder? Und der hat schon ein Bild von Anna da? What the hell, ey? Pegasus. Bell. Carly. Mickey Mouse. Schwivel. Donald Duck. Lastpack Magic. Scuddle. Oh, die Musen! Die Musen! Die hab ich ganz vergessen. Die müssen doch auch da sein. Bless my soul. Hercule's on the roll. Raja. Und... Enchanted. Triton Salers. Ja. Joa. Ähm. Keine Enchanted-Karten gezogen. Not this time. Mal wieder nicht. Enchanted los. Ja. Ich bin... Es gibt einige, die sind Maidenless. Ich bin... Enchantedless. Aber ich hab echt coole Karten gezogen. Die kann ich euch nochmal zeigen. Wop, 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 wop. Kali und die anderen Mäuse. Oh, sind wie die sieben Zwerge. Ja, die Zwerge fand ich richtig stark. Die waren richtig cool. So, zeigen wir nochmal hier. Vielleicht Karten werden. Die beste Karte von allen. Ursula. Ja, ich mag... Ich mag die Kriegerprinzessenkarten hier grad. Die sind echt cool. Annabelle, Raya. Wir haben Sexy Triton. Wir haben Diablo. Wir haben Piratenduck. Wir haben Classic Cinderella. Mag ich auch, dass sie aus dem Rahmen da rausbricht. Wir haben Prinzessin Aurora. Und wir haben Jens Sid. Eigentlich, äh... Ziemlich gut. Guck mal, wie viel Legendary ist. Aber eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Karten. Und eine davon ist sogar holographisch. Eigentlich ziemlich gut. Gute Bilanz. Dankeschön nochmal, Ravensburger, für das Set Disney Larkana. Hoffentlich mal wieder irgendeine Enchanted. Wie viele Karten gibt's eigentlich in diesem Set? 204 Karten. Oh Mann, ey. Man hört... Macht das doch nicht Pokémon nach. Macht es nicht Pokémon nach. Um Himmels Willen. Man hört auch so viele Karten ins Sets reinzuhauen. Und dann sind davon irgendwie noch 20 davon Enchanted. Ähm... Na gut, ist Druckgeld. Kann man den nicht übel nehmen? Man... Everybody wants to make some money. Musik Musik